Oh, ist das spannend. Ja. Oh, Werbung. Schorsch, sollen wir was knabbern? Oh, ja. Schorsch, möchtest du einen Apfel? Einen Apfel? Nein. Möchtest du Popcorn? Nein. Fruchtgummis. Oh, oh. Fruchtgummis. Lecker. Moment, sie sind runtergefallen. Peppa, lass mich mal versuchen. Oh, nein. Ich stecke fest. Warte, Peppa. Ich helfe dir. Aua, mein Arm. Keine Sorge, Peppa. Ich hole Hilfe. Peppa, was hast du denn angestellt? Ich stecke fest. Ich kriege meinen Arm nicht raus. Keine Sorge, Peppa. Nicole kann dir sicher helfen. Ja, ich gebe mein Bestes. Komm her. Aua, aua. Das tut weh. Du hast mich befreit. Danke schön, Nicole. Peppa, was hast du da denn eigentlich gemacht? Schorsch? Die Fruchtgummis sind runtergefallen und Peppa hat versucht, sie zu holen. Ich liebe Fruchtgummis. 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 Vielen Dank.